1. Zerstörung und Verwundbarkeit Worüber reden wir, wenn wir von Klimawandel sprechen? Klima beschreibt die Statistik des Wetters. Einzelne Wetterereignisse haben noch nichts mit Klima zu tun. Die Häufung von Wetterereignissen schon, das Ausbleiben ebenfalls. Wetterbeschreibung umfasst das Zusammenwirken von Temperaturen und Wasserverhältnissen der Erdoberfläche sowie Temperaturen, Wasserverhältnissen und Windgeschwindigkeiten der Troposphäre. Ob es ein globales Klima überhaupt gibt bzw. ob eine globale Betrachtung überhaupt sinnvoll ist oder ob Klima eigentlich immer nur regional ist, soll hier nicht diskutiert werden. Fakt jedoch ist, dass der Mensch die Oberfläche der Erdkruste massiv veränderte und damit schon per Definition das regionale Klima beeinflusste. Im Irak und Ägypten seit 5000 Jahren, in Griechenland seit mehr als 2000 Jahren, in Deutschland seit 1000 Jahren. Flüsse wurden begradigt und umgeleitet, Graslandschaften bewässert, Sümpfe trockengelegt, Wälder massenhaft gerodet. In der Bronzezeit verbrauchten Menschen erstmals Wald für das Verhütten von Zinn, Zink, Kupfer. Die Eisenzeit verlangte für ihre Rennöfen zur Trennung von Roheisen noch weit mehr Holzeinschlag und weiter für das Köhlern, um das Roheisen zu schmieden. Im regenreichen Germanien wurde dieses schnell wieder ausgeglichen. Die Phönizier und Griechen jedoch veränderten für den technischen Vorsprung der Eisenproduktion ihre Landschaft und damit auch das regionale Klima. Die Rodungen der Auenwälder und das Trockenlegen von Urstromtälern zugunsten des Ackerbaus begannen in der Uckermark etwa um 1150. Dieses war in der Uckermark sicherlich der erste durch Menschenhand verursachte Wandel des regionalen Klimas. Seit der Industrialisierung steigert sich der Eingriff in die Reproduktionsprozesse der Natur in einem Maße, der zur Zerstörung führt. Der Wandel des Klimas ist nur eine von vielen Erscheinungen dieser Zerstörung. Letztlich wird sich die Natur darauf einstellen und gesunden. Die Menschheit nicht. Sie wird zugrunde gehen. Ab 1800 begann die Nutzung der Kohle für die Eisenproduktion. Die Erfolge brachten eine breite Nutzung von Braun- und Steinkohle, die schließlich auch die deutsche Chemieindustrie begründete. Später beherrschte die Kohle die Stromerzeugung. Der Kohleabbau mit seinen Folgelandschaften war noch die geringste Zerstörung. Die schwefelsauren Rauchgase und der Ausstoß von Ruß hatten breitere Wirkung. Die Städte wurden größer und wärmer. Nicht nur mehr Menschen verlangten Heizungswärme und Strom, auch der Bedarf pro Kopf wuchs über die Maßen. Heute sind Städte Sommers wie Winters 0,9 Grad wärmer als die Umgebung. Der Auftrieb niederer Luftschichten nimmt zu. Entsprechend der regionale Einfluss auf Wetterphänomene. Über den ganzen Globus Aussagen zu machen, ist wahrscheinlich wenig zielführend. Vielmehr gilt es, Zerstörung und Verwundbarkeit regional und spezifisch zu betrachten. Wir tun dieses am Beispiel eines Unternehmens. Das Unternehmen Hanffaser Uckermark besteht seit 1996 am Standort Prenzlau, nördlich des Waldgebietes Schorfheide, im Gebiet der Urstromtäler, 70 Kilometer Luftlinie zur Ostsee. In der Uckermark wechselten warme, trockene Sommer mit verregneten Sommern. Es gab milde und extrem frostige Winter, mitunter auch sehr lange. Schon vor 30 Jahren prognostizierten viele Meteorologen eine weltweite Erhöhung der Temperatur. Doch erst seit wenigen Jahren sind in der Uckermark Phänomene zu beobachten, die auf eine solche Änderung hindeuten. Die bis vor 10 Jahren sehr regelmäßig kommenden Januarfröste mit minus 20 Grad über mehrere Tage beschränken sich seit ca. 8 Jahren auf kurze Kälteeinbrüche. Allerdings sind 8 Jahre für Langzeitaussagen noch keine schlüssige Zeit. Der ebenfalls verlässliche Goldene Oktober bleibt aus. Im Oktober gab es in den letzten Jahren nur sehr wenig zusammenhängende regenfreie Tage. In diese Zeit fällt aber gewöhnlich das Pressen des Hanfstrohs. Ende November, Anfang Dezember kam verlässlich eine Woche Frost. In dieser Woche konnten die Restflächen gepresst werden. Fast ein Jahrzehnt blieb diese Frostwoche aus. 2023 kehrte sie wieder. Mit frühsommerlicher Trockenheit im Mai bis Anfang Juni hatte die Uckermark schon immer zu kämpfen. Doch die extreme, über die gesamten Sommermonate sich hinziehende Trockenheit kam erst 2018 über das Land. Diese, alle Feldfrüchte ausdörrende Trockenheit wiederholte sich 2019 und 2020. 2021 und 2022 wurde es etwas besser. 2023 normalisierte es sich fast wieder. Gerade diese Früh- und Hochsommer-Trockenheit in der Uckermark stellt für die Landwirtschaft eine arge Bedrohung dar. Die Landwirtschaftsbetriebe müssen umdenken, was leider nur sehr zaghaft beginnt. Die Hoffnung dominiert, dass es sich wieder normalisiert. Doch wahrscheinlich häufen sich diese extrem trockenen Wachstumsperioden. Probleme ergeben sich auch in der industriellen Wertschöpfung, speziell in der produktiven Arbeit an Maschinen und Anlagen. Rekordtemperaturen ohne Abkühlung durch Regen drücken in die Werkhallen. Oft müssen kurze Pausen eingelegt werden. Im Sinne der Nachhaltigkeit verbieten sich Klimaanlagen für große Werkhallen. In den Schnittstellen zwischen der Hanffabrik und dem Vertriebsnetzwerk ergeben sich zuvor nicht geahnte Risiken. Marktplätze und Vertriebswege werden sich verändern. Noch scheint die im 20. Jahrhundert sich ausgebildete Zweiteilung im Vertragsverhältnis zwischen Bauherren und Generalunternehmen resistent. Als Folge dieser fachlichen Distanz zwischen Auftraggeber und Generalauftragnehmeragentur entwickelte sich eine Bauausführungskultur, wobei nach Vertragsunterzeichnung bis zur Schlüsselübergabe nur noch das Billigprinzip gilt. Der direkte Handschlag zum Handwerker des Vertrauens, der hunderte von Jahren die deutsche Baukunst hervorbrachte, ging in der Nachkriegszeit verloren, wird aber hoffentlich wieder die Qualität am Bau und schließlich von Bauwerken zurückbringen. Die Veränderungen umfassen mehr als nur das Klima. Sie umfassen Bereitschaft und Einstellung gegenüber wirtschaftlichem Fall, Risiko, Chance und Übernahme von Verantwortung. Den langen, trockenen und heißen Perioden stellten sich schlagartige Extremereignisse entgegen. Am 1.07.2021 ging ein Sintflutartiger Starkregen über das Gebiet um Prenzlau nieder. 30% der Jahresmenge schlugen innerhalb von 12 Stunden in Prenzlau und Umgebung ein. 168 Liter je Quadratmeter, flächendeckend in 12 Stunden. Fast in jedes Dach drang Wasser ein, oft am Schornsteinanschluss oder am Dachfenster. Regen, als würden Wassereimer ausgekippt. Der Sommer wird von weltweit allen Hanffabriken genutzt, die verbliebenen Rohstoffmengen, die in kalter Periode Feuchtigkeit ziehen, unter freiem Himmel mit Hilfe von Sonne und Wind zu trocknen. Dieser Extremniederschlag durchdrängte innerhalb von 12 Stunden alle zum Trocknen aufgestellte Ballen mit Hanfstroh derart, dass ein weiteres Trocknen dieser nicht mehr möglich war. Diese gute Arbeitstradition der Hanffabriken ist demnach nicht mehr möglich. Es müssen vorsichtigere Möglichkeiten ersonnen werden, den Sommer zur Trockner zu nutzen. Ähnliche, sehr kurze Extremereignisse ereigneten sich fast in jedem Folgejahr. Herabstürzende Wassermengen von 30 bis 50 Liter in nur einer Stunde sind gemessen worden, die sich in unscheinbaren Senken sammelten. Wenn in diesen wassersammelnden Senken Elektrofahrzeuge stehen, gäbe es echte Probleme. Die elektrischen Gabelstapler der Hanffaser Uckermark waren in den schützenden Hallen. Elektromobilität versagt bei Extremwetter. Extremwetter braucht andere Fahrzeuge. Insbesondere Feuerwehr, Rettungs- und technische Fahrzeuge dürfen nach heutigem Stand keine Elektroautos sein. Auch Traktoren und Erntefahrzeuge nicht. Alle Rückhaltebecken, Absetzbecken, Regenwasser und Abwassergruben, auch die in der Hanffabrik, sind von Überschwemmungen betroffen und laufen mit Regenwasser voll. Schlagartig aufkommende Wassermengen werden von der Kanalisation nicht abgeführt. Was verursacht diese extremen Wetterlagen, die sich nicht nur in der Uckermark so konzentrieren? Kohlendioxid ist sicherlich das Gas, dessen Anteil in der Luft seit der Industrialisierung die größte Veränderung erlebte. 2014 betrug der Volumenanteil von Kohlendioxid weltweit durchschnittlich 400 ppm. Innerhalb von sieben Jahren stieg die Konzentration auf 416 ppm. Um 1850 lag der Wert bei vermuteten 280 ppm. Der Anstieg um 4% innerhalb der letzten Jahre verglichen mit 40% Anstieg innerhalb von 150 Jahren dürfte kaum ins Gewicht fallen. Klimaänderung allein auf CO2 bezogen hätte in den letzten 150 Jahren wesentlich gravierender ausfallen müssen als in den letzten 10 oder 20 Jahren. Die spezifische Wärmekapazität von Luft mit den Hauptbestandteilen Stickstoff und Sauerstoff beträgt 1,01 kJ pro kg und Kelvin. Die von Kohlendioxid nur 0,846 kJ pro kg und Kelvin. Kohlendioxid kann also weniger Wärme speichern als die durchschnittliche Luft. CO2 mit einer Molmasse von 44 kg pro Kilomol ist schwerer als Sauerstoff mit 32 kg pro Kilomol und Stickstoff mit 28 kg pro Kilomol. CO2 hat, wie auch Wasserdampf, die Fähigkeit, Infrarotstrahlung zu absorbieren. Dieser Fähigkeit stehen zwar die größere Molmasse und die geringere spezifische Wärmekapazität gegenüber, sie wird aber trotzdem von vielen Klimaforschern für die globale Erwärmung des Gasgemisches Luft verantwortlich gemacht. Dennoch ist die Änderung der dürren und der extremen Wetter jetzt wesentlich deutlicher als noch vor 50 oder 100 Jahren. Andere Faktoren drängen sich auf. Der CO2-Ausstoß in Nordostdeutschland durch die Industrie ging seit 1990 massiv zurück, da Nordostdeutschland effektiv deindustrialisiert wurde. Dem Rückgang des industriellen CO2-Ausstoßes steht die gewisse Erhöhung durch Verkehr und Konsum gegenüber. Generell steht Deutschland insgesamt sicherlich eine große Deindustrialisierung bevor, was den CO2-Ausstoß zunächst reduzieren wird, sofern dieses nicht andere CO2-Emitenten kompensieren. Zurück zum Beispiel der Hanfaser Uckermark. Über großen Städten, Kraftwerken und Industrieanlagen erzeugt deren relativ wärmere Oberfläche einen Auftrieb, der CO2 und Wasserdampf mit nach oben nimmt. Für die Uckermark wären nahurbane Auftriebe über Berlin mit seinen beheizten Betonwärmespeichern bei Südwind und der Auftrieb über der Industriestadt Schwedt bei Ostwind zu nennen. Für die gesamte deutsche Tieflandebene verursacht die urbane Konzentration zwischen Amsterdam, Brüssel und Dortmund mit seinen vielen häuslichen und industriellen Wärmeerzeugern hinzu noch der Verkehr, eine Langstreckenwirkung des Auftriebs der warmen Luftmassen mit der Hauptrichtung aus West. Grundsätzlich sind Meere die wirksamsten Temperaturpuffer. Wenn auch deutlich geringer, so doch für Süddeutschland nicht unwirksam, waren die Gletscher der Alpen. Doch diese gingen in den letzten 80 Jahren verheerend zurück. Wahrscheinlich weniger durch eine Erwärmung der unteren Luftschichten, auch nicht vorrangig durch übermäßigen Tourismus, als vielmehr durch die großen Stauseen, die in nahezu jede große Gletscherzunge gebaut wurden. Doch zwischen den Alpen und der Uckermark liegen die Mittelgebirge und die Ostsee hat einen viel größeren Speichereinfluss auf die Uckermark. Der Verkehr wuchs prächtig nach 1990. Die Steigerungsraten sind so groß, dass Zahlenwerte den Platz sprengen würden. Straßen und breite Autobahnen wurden gebaut. Deren Einfluss als Heizungsschlangen sind noch nicht ausreichend untersucht. Die stetig wachsende Versiegelung von Flächen und die Anhäufung von Abfall auf Deponien oder unkontrolliert in der Landschaft, Betonrecyclingüberschuss, abwechslungsarme Flächennutzung und unbrauchbare Hinterlassenschaftsflächen sind Einflussgrößen, die später besprochen werden. Deutlichen Einfluss werden große Solarparks entwickeln, die mehr und mehr hektarweise die Ackerflächen verdrängen. Diese sind aber noch zu jung, als dass eine Wetterwirkung ermittelt werden kann. Diese Steigerungen kommen erst noch. Windparks hingegen lassen rechnerisch eher wenig Auswirkungen erwarten. Bergbau oder industrielle großflächige Verpestung gibt es rings um die Uckermark nicht. Auch keine neuen Halden oder neue Seen auf ehemaligen Tagebaubrachen. In den 1950er Jahren gab es die FDJ-Initiative Große Friedländer Wiese zu fruchtbarem Ackerland. In gleicher Weise wie bereits Friedrich der Große das Haveland und den Oderbruch meliorieren und Moore trockenlegen ließ. Der Oberfläche wurde das Süßwasserreservoir geraubt. Wasser aber ist der beste Temperaturpuffer. Außerdem entlässt das Trockenlegen von Mohren Unmengen an CO2 in die Atmosphäre. Aber dieses geschah bereits vor 70 Jahren. Bleibt noch die Landwirtschaft mit ihrer Verabschiedung von Fruchtfolge und Biomasse-Rückführung. Gnadenlos wird Bauernland an Investmentfonds verkauft. Investmentfonds haben andere Interessen als Bauern. Grundsätzlich ist die Einstellung zur Landwirtschaft eine der wichtigsten Faktoren regionaler Klimaveränderung. Da ist die Landnutzungsänderung durch große Agrarinvestmentfonds ohne Tierhaltung, mit sehr enger Fruchtfolge, ohne Rücksicht auf Bodenwerthaltung und Grundwasserbehalt. Weiterhin sind auch ausgewählte Landschaften der Freizeitgesellschaft keine Bereicherung der Diversität. Hier wird den Stadtbewohnern die Illusion von Natur vorgestellt. Die Zweiteilung der Landschaft in Investmentland und Freizeitland und die rücksichtslose Nutzung beider Landschaftstypen durch den Raub nicht bezahlbarer Ressourcen wie Regen, Luft, Sonne, Bodenqualitätsbeanspruchung, Flora und Fauna, Wind und Wetter, weiterhin der zunehmende Konsum von elektrischer Energie und unwiederbringlicher Ressourcen kommt zerstörend auf uns zu. Die Änderung des Klimas ist erst der Anfang.